äh what the fuck war das äh ja extrem großes Mistvieh muss ich ganz ehrlich sagen aber was für ein großes Mistvieh oh oh komm geh weg jetzt hier die Kleinen sind relativ einfach mit der mit der Waffe kaputze machen wenn andere Viecher kommen habe ich ein bisschen Probleme weil das wieder so ein riesen Mistvieh gerade dass ich hier nicht springen kann oder was aber das geht hier leider nicht die Hyperkling sind auch mittlerweile nicht mehr so schlecht Moment da Nummer 1 na komm Nummer 2 Nummer 3 das hört sich an wie als würde bei Terminator äh das sterben also der Terminator ok da müsste glaube ich am Ende sein so jetzt weiß ich gar nicht was ich jetzt noch machen muss warte mal ich bringe die Viecher erstmal um dann wollen wir sehen kann ich hier rüber oder was ja hier drüber kann ich ja hier drüber kann ich gut was haben wir hier soll irgendwas heißen äh ich schätze mal das das neidische Slumber das Spiel echt am Ende zu wenn das so ist oh wäre das natürlich ideal da hätte ich mich die dieses hier durch auf die große habe ich noch ein paar Schuss mal gucken ich geh jetzt mal kurz hier ne da komm ich gar nicht rein ok na gut dann machen wir das hier mal aktivieren ok jetzt ist der Marker da wo er hingehört so was ist jetzt Scheiße ich hab immer an dich geglaubt ich wusste du würdest zu mir zurückkehren wir sind wieder ganz eisig wir sind ganz Notfall bioorbitale Schwerkrafthalterungen offline tektonische Ladung gelöst aufprall in Kürze Notfall sofort in Sektorräume ok ja bitte warten nicht aber nicht nicht oder nicht nicht wo du 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 nicht du 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 wirst du 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 Das ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Letztendlich läuft es doch auf dieses anderes Ding hinaus. So ein kleines Ding. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Bist du? Du bist geistesgestört. Wie kein wie der Käpt'n. Die Kur ist schon lange tot. Was immer du gesehen hast, wurde davon hervorgerufen. Du warst meine Schachfigur. Aber keine Sorge. Es ist jetzt im sicheren Held. Seid mein Gott ist mit Gott. Tja. Keine Ahnung. Ich verstehe jetzt nicht so ganz den Sinn. Tja. Ist halt so ne. Gut. Dann wollen wir hier lang gehen. Oje. Was ist das denn jetzt hier? Nehmen wir mal die große. Weil ich weiß nicht. Dass ich schon eine Munition angeboten kriege. So groß. Das heißt nicht unbedingt was Gutes. Energieknoten sind aber gut. Nehmen wir mal her damit. Ja. Ich glaube mal echt. Das Spiel leistet sich langsam am Ende. Oh. Das ist nur so ein kleinen Stückchen. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr weit. Das Projekt. Oh. What the fuck. Das Projekt Dead Space ist bald durch. Ich hab keine Ahnung was ich machen muss. Ich sammle alles ein was ich hier kriege. Kann keine Blassenenergie mehr aufnehmen. Ne ist klar. Naja ist egal. Ok. Egal. Speicherstand. Das ist natürlich gut. Und dann gehen wir auch gleich nochmal an die Werkbank. Ja. Jetzt neigt sich echt. Wahrscheinlich echt. So ein. Zum Ende zu. Strahlenkanone. Wenn wir mal gerade mal die Reaper. Die Kapazität erhöhen. Ok. So. Wo müssen wir jetzt lang? Da durch. Alles klar. Dann wollen wir mal. Okay. What the. Fuck is jetzt. Och ne oder? Ja. Ich würde mal sagen. Die ist tot. Ja. Das wars dann. Die dürfen wahrscheinlich gegen den Endboss kämpfen. Ich freu mich jetzt schon. Absolut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. What the hell. Das ist nicht dein Ernst hier oder? Okay. Oh. Kann ich das überleben? Weiß ich nicht. So. Das war Nummer eins. Das Fiat bestimmt ganz sicher. Mehrere. Mehrere. Ähm. Komm auf gerade auf den Namen. Nicht. Mehrere. Ja. Funktion. Aua. Verdammt. Das hat es mich natürlich voll erwischt. Na. Du blödes Vieh ey. Oh man. Es trifft mich da schon wieder. Verdammte. Hacke. Nein. Das gibt's doch nicht. Na. Ich glaub bei dem Vieh kann ich ja nichts anrichten. Na. Ich muss ja mal aufpassen, dass wenn der, wenn das Vieh schlägt, dass der mich unbedingt trifft. Oh. Oh. Nein. Na. Lässt du mich los? Na. Wirst du wohl. Ich weiß nicht wo ich treffen muss. Ich hab. Ich hab keine Ahnung wo ich treffen muss. Aua. Na. Na. Ernährметisch. Ja. suffering. Ich weiß nicht wo ich. Mein Name ist. Ragephasen. Wasướsil. Hier wird bestimmt ganz sicher mehrere haben von denen. Uiih. Nein. Ei. 450. Ich muss einmal ein bisschen hinherlaufen, das könnte schon gut helfen. Aber diese gelben Teile, das kenne ich schon von den anderen Viechern. Ja, ich muss einmal hinherlaufen, das passt dann schon. Das Vieh darf mich nur nicht treffen. Ah, okay. Und das nächste Teil ist kaputt. Ich habe keine Muni mehr für das. Okay, dann muss ich das Maschinengewehr nehmen. Ich hoffe, meine Munition reicht bis zum Ende. Oh, ja, das war mir schon fast klar. Oh. So. Das haben wir auch erledigt. Schnell soweit, wie es geht, hier Munition aufsammeln. Okay, was jetzt? Alles mal nachladen, ganz schnell. Äh, ja. Ich muss nur mal die ganze Munition aufsammeln, die ich so jetzt spontan kriege. Muss ich denn jetzt lang? Okay, ich muss hier hoch. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay, was that supposed to 벌 so Filip was? Yellow. Oh, yeah. Oh, yeah. Isak! Isaac. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit ihm... Ja, und da ist doch schon Dead Space durch. Wie gesagt, also, ähm, ich kann's nur immer wieder betonen. Das Spiel war, ich hab jetzt einen schon noch gezockt, das ist natürlich geil. Letztes Mal eigentlich auch durchziehen können. Ähm, das Spiel an sich war wirklich super, muss ich ganz ehrlich sagen. War wirklich klasse, ich hab auch gerade Gänsehaut, wirklich, das ist nicht schlecht. Steuerung war natürlich ein bisschen doof, aber das hab ich euch so oft erwähnt. Aber ansonsten, das Spiel wirklich geil. Jo, ich würde sagen, habt ihr Spaß drin gehabt, einfach mal ein Like geben. Könnt ihr gerne Kommentare schreiben, wie ich mich angestellt habe. Ich meine, ich hab's ganz gut gemacht. Naja, relativ gut. Jo, und ich würd sagen, ich bin jetzt einfach ruhig. Lass das... die Endzirpenz nur durchlaufen. Hier die, die, äh, ich komm jetzt gar auf den Namen nicht. Und, äh, jo. Dann wär's dafür das Let's Play gewesen. Und dann würd ich sagen, bis zum nächsten Projekt. Euer Feindflug LP. Bye! Tschüss!